Oh na, für weh, für so in der Ecke, oh my god. Ja, stimmt. Ja, versuch nochmal Wasser zu holen. Wir brauchen das unbedingt jetzt gleich. Warte, mal kurz die Staggies. Den einen, den kann ich wegwerfen. Ich hab so keinen Platz mehr, ne? Burdel, smile. Komm mal ein bisschen nach unten. Ja, burdel weiter, ich hol den Wasser. Okay. Ich hab Wasser. Fuck. Enderman. Äh, willst du auch nochmal Wasser holen? Hier ist genug Wasser. Komm mal her kurz. Komm mal nach oben. Na, Sprinte. Nimm dir Wasser raus, wovor du brennst. Ja, dann kommen sie schnell löschen. Gut, Doku. Ja, ich hab auch schon Wasser. Dann geh wieder durch und grab dich durch. Wovon wo sind wir jetzt gekommen? Davon da. Gucken wir, ob ich hier gerade hin kann. Der ist da hinten noch. Er sieht nicht genau so aus. Er sieht nicht genau so aus. Er sieht nicht genau so aus. Pflaster Stein. Ich muss hier zumachen, wovor sie kommen. Ich muss hier zumachen, wovor sie kommen. Wo haben wir denn gleich wieder Holz? Wo bist du denn gerade? In welcher Etage? Unten. Also ganz unten. Wo wir ganz weit lang graben. Weil so habe ich mich auch mal durchgegraben. Ich hab was gefunden. Sogar sehr viel. Boah. Ich seh dich gerade nicht. Wo bist du? Da. Ja. Ah, genau. Das ist fucking für mich. Danke. Aha. Wir müssen hier irgendwas finden. Mal wieder mal was durchhauen. Ich muss hier Fackeln machen. Wenn du Namen siehst oder so, ne? Ah. Sneak. Ich sag nur Sneak. Okay. Sind wir. Scheiße. Weil wir sind so am Arsch und ich war denkst. Ich war denkst. Und ich war denkst. Und ich war denkst. Und wir haben nicht mal ein Diaschwert. Wir haben ein Diaschwert und noch verzaubert. Ja. Hast du auch Bücher zum verzaubern? Ja. Lass uns einfach mal geradeaus laufen. Immer geradeaus. Geradeaus bauen. Okay. Dass wir auch weit weg kommen von den anderen. Ja. Ja, komm. Ich habe nichts mehr Tochter. Ansonida. Gold. Visa. schon mal gold das ist schon mal gut oder hast du das auch gesehen ja ich muss das jetzt mit eisen zu bauen außen rum da waren wir da müssen wir hier durch und wir gehen hier durch versuch du mal ein glück mit dir das mach mal immer so eine oberste schicht hier einmal so durch machen hier so um ein guter und nicht oben auf kummern krumm das jahr war über uns mal sehen wo das tropft ich weiß gut das tropft also bohren nicht oben ab wenn wir uns weiterbauen oder wenn wir uns Warum nicht? Warum nicht oben und alles? Einfach weiterbauen, scheißegal. Okay, ich habe keine Eisen mehr. Gibst du mir mal Eisen? Ja, ich habe drei Spitzhacken gemacht. Ja, ich habe sie hingelegt am Gang. Nee. Woher? Ich schmeiß mal hier zu mir eine. Okay. Ja, warte. Hast du eine jetzt oder soll ich dir eine schmeißen? Gib mir ja noch eine. Jetzt hat jeder zwei sauber. Ja, die gehen schnell weg. Geht's runter. Ja, schnell. Schade. Lava, 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 Lava. Oh, wir gehen einfach hier durch. Kein Problem. Vielleicht läuft in so einem Kreis. Immer die oberste Schicht abbauen. Erst. Und dann die unterste Schicht. Ich weiß schon, dann wäre schon wieder Lava. 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 Lava, weg hier. Wir wollen immer lang gehen. Wir sind vom Lava überschworen. Oh, egal. Jetzt gehen wir hier lang. Hier ist auch genug. Ich nenne die Folge Lava, Lava, Lava. Ja. Oh, oh. Ich habe wieder Lava. Ach, wir gehen in eine andere Richtung. Komm. Ich wollte gerade schon in Gang. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Lava kommt von der Seite, wo du gerade bist. Mach zu. Oh, den haben wir nicht mitgegangen. Den Kumpel hier. Ah, das brauchen wir. Ich habe Lava gelöscht. Gut. Wir müssen woanders lang. Wir sind gefangen. Komm, wir gehen woanders lang. Komm zurück. Da ist so gefährlich, alles. Hier ist überall gefährlich, würde ich nur behaupten. Ich mache das undauernd in diese andere Welt da. Nee. Ist mir eigentlich hier richtig nur, ne? Ach, ich habe hier zugebaut. Wir müssen nach oben wieder. Kommst du? Oder wir bauen uns einen höher. Komm, wir waren hier unten. Komm, jetzt einen höher hier. Ja.